Absolut crazy, dass ihr das auch nicht wusstet. Ich lief zwei Jahre lang genau so rum, weil mir niemand gesagt hat, dass man das unten aufschneiden muss. Aber das ändert sich genau jetzt, denn du und ich werden jetzt schnippi schnappi den Mantel unten einfach auftrennen. Und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen nervös, weil die Naht einfach so professionell und fest war, dass ich niemals angenommen hätte, dass man das einfach auftrennen muss. Aber gut, das machen wir jetzt schnell gemeinsam und ziehen noch die Fäden schön raus, damit das auch ordentlich aussieht. Probieren das Ganze an und ich muss sagen, es sieht richtig gut aus.